Es macht mir Spaß, mich zu kümmern und dafür zu sorgen, dass alles gut und gepflegt aussieht. Man muss sich viel Mühe geben, damit es sich lohnt. Aber zu sehen, wie die Tiere wachsen und sich entwickeln, ist sehr schön anzuschauen. Wir spielen fünf gegen fünf auf einem großen Feld. Das geht nur im Team. Forstball ist wirklich anstrengend. Es bleibt keine Zeit, um auszuruhen. Gewinnen gehört dazu, aber am besten gefällt mir die Anspannung beim Spielen. Ich habe auf einer Fahne gewählt, und es ist schön, dass es etwas über so viele Dekäte zu versorgen ist. Es ist schwierig und wunderschön, in jeweiligen Bereichen. Dann, wenn es fertig ist und du es fährst, fühlst du sicherlich satisfeiert. Ich bekomme die gleiche Satisfaktion, um die Projekte zu entwickeln mit unseren Kunden zu entwickeln. Und wir sehen, dass unser motiviertes Team in unserem Arbeit betrifft. Jeder Tag bringt eine neue Herausforderung und eine neue Chance. Das ist das, was mir wirklich Spaß macht. Vom Konzept bis zur Fertigstellung geht es nur im Team. Nur so erzielen wir ein optimales Ergebnis. Die Präzision und die Sorgfalt bei unserer Arbeit ist das Allerwichtigste. Wenn man dann am Ende sieht, was wir konstruiert haben, macht uns das wirklich stolz. Jeder hat eine Fertigstellung außerhalb der Arbeit und ihre eigene Success-Story. Siemann-Hol Freika ist stolz der viele Turnkey-Plans, die wir gebaut haben. Die Kultur der Sustainability, die wir entwickelt haben, und die neue Technologien, die wir entwickelt haben. Aber die Schlagfalt bei unserer Success-Story ist unsere Menschen. Aber die jeweils haben wir nicht. Siewinterاخ Commodiert von der önememischen Grunde. Dann will ich das einfach mal um einen Fehler zu lassen.